Willst du Tekken auf die Fresse bekommen für 2,5 Stunden? Oder ich habe gestern... Hört zu! Jetzt hören wir zu! Ich habe gestern einen Tekken Pro gehostet. Cool. Ich habe ihm ein bisschen zugeguckt. Weißt du, dass man niemanden aufstehen lassen soll? Es gilt darum, ihn nicht aufstehen zu lassen. Das sind die Kombos. Wenn man ein ehrenloser Hund ist, dann macht man das. Er hat gestern... Weißt du, womit er spielt? So ein großes Ding, dass eine Tastatur da ist. So ein Knüppel dann und so den Tasten, als ob so ein Buzzer ist. Damit spielt er. Er hat übertrieben krass... Also das ist... Digga, das war so krass. Und... Ja. Ich habe alle Charaktere freigekauft. Mal spielen. Ja, okay. Ja, alle jahle. Gau dir kurz die Fresse. Ich habe so harte Motivation. Ich sage dir ehrlich, ich glaube wirklich... Ich habe ihm gestern ein bisschen zugeguckt. Ich glaube wirklich, das wird dich nerven. Ja, okay. Aber wir machen mit aufstehen lassen, ganz normal, so wie immer. Ja, so wie immer. Wir können auch, wenn du sagst, ehrenlos und ohne aufstehen, dann okay, machen wir auch. Aber dann, Bruder, werde ich auch... Okay, Chat, ihr entscheidet. Versus Kampf. Dann werde ich auch ehrenlos. Ja. Also ich fühle das nicht. Ich sage es so wie es ist, ich fühle es nicht. King, geil. Bruder, Amoro King ist das sogar. Ja. Amoro King eins. Guck mal hier. Mardock. Anna. Da ist hier die Schwester von Nina. Mhm. Kennst du den Dicken noch, Ganryo? Nee. Diesen, der immer so gemacht hat. Nee, ich glaube nicht. Ehrenloses. Digga, die wollen... Ich weiß es nicht, wie du willst. Nein, lass doch erstmal normal spielen, Digga. Ja, okay, komm. Wir müssen erstmal warm werden. Ich nehme originale Dings sein. Boah! Wie, fuck! Und warte, warte, warte. Bitte nimm unten rechts, die habe ich gekauft, die Map. Die. 3 Euro. Ich habe diese Dings, 21 Euro alle Spieler frei, alle Dings frei. Das ist scheiße, wenn wir spielen sollen, wir auch nichts. Bei Tekken in der Zentrale gegen die Werbung hat irgendein Idiotenkopf noch unsere Inhalte. Okay. Ich glaube, das wird... Ah, er hat es fangenommen. Okay. Da geht's... Ah, er ist alles. Ich nehme an, die daneben. Es geht's. Oh, wir sind so... Ah! 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 Ich hab doch gedrückt. Du hast mir einen Fotz nach Energy genommen, Digga. Egal, ich mach schnell auswahl. Ich hab falsch in den Charakter genommen. Ups, sorry. Er ist so froh gerade, ich werd nicht so fast, ich mach jetzt. Endlich ein Game was Monte kann. Lüge, er hat die ganze Zeit gegen Rohat verloren. Aber nicht mit Leeroy. Weißt du nicht. Nee, Rohat hat mich verloren. Nicht einmal gewonnen, Rohat. Da bist du, Digga. Da bist du. Natürlich. Hahaha, geile Kombo, Digga. Äh, ich hab doch... Digga, das ist doch der einzige Trick, den du kannst. Ja, Bruder. Er hat nicht aufgehört. Ja, 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 ja. Er kann nur ehrenlos gewinnen. Wir haben eben noch die Abmachung gemacht. Ich hab... Das war eine Kombo, die ich... Das ist eine dreiste Lüge, Digga. Und dafür sollst du sonst wo. Er hat eine Kombo gemacht. Das war keine Kombo, Digga. Und ich weiß, das ist eine Kombo. Alles andere hast du eben manuell gedrückt. Du bist... Nein, nein, Bro. Du bist ein Schummler. Das war ein Schummler, Digga. Das war einfach ehrenlos, Digga. Aber ist halt in Ordnung. Okay. Die Runde hab ich verloren. Nein. Hallo. Doch. So ein Dreiste Schummler, Digga. So lechnerlich. Na gut. Ja, ich werd, Bruder, ich werd ab sofort ehrenlos spielen. Was? Ja, weil, Bruder, du... Nein, es ist wirklich so. Du kannst nicht dein Wort sagen, wir spielen nicht ehrenlos. Und dann machst du vier Kombos, während ich am Boden liege. Ja, ja. Aber, Bruder... Maximal zwei Stück. Okay, geh runter, schnell auswahl. Man ist so drinnen. Und das Ding ist, ich hab... Ich konnte mich abbrechen. Ja, ja, ja. Das ist... Bruder, dass du da nicht rot wärst, weil du lügst. Echt? Echt? Und an deinem Lachen merke ich das auch. Danke, Phoenix Munte. Ja, Bruder. Ihr müsst nicht auf mich sauer sein. Ihr könnt sauer sein auf... ...Abu. Was? Aber wir spielen jetzt auch ehrenlos. Alles gut, kein Problem. Also komplett. Wir spielen jetzt ehrenlos. Okay. Aber ich hab mit dir noch nicht gespielt hier. Naja, alles gut. Oh! Ich hab die gespielt. Ich hab die gespielt. Boah! Oh mein Gott! Oh! Oh! Oha, was für ein Ochse! Ah, der ist ja... Der ist doch, im Großen und Ummel wirklich! Scheiß drauf, Mann. Ich kann den nicht spielen, den Typen. Ich kann den nicht spielen. Ich kann den nicht spielen, den Typen. Safina. Kommt, Testerna. Ist... Brian! Okay. War das jetzt ehrenlos? Nee. Nee. Ich bin ja nicht Abo. Was? So hab ich auch ungefähr gemacht letztendlich. Er hat... Bruder, das sind diese drei Tastenkombinationen. Er macht ihn weiter. Und du drückst. Ja, alles gut, weiter geht's, weiter geht's. Bitch. Nein, Mann. Oh, er setzt sich auf mich drauf, du Bitch. Ich bin mit Brian echt eingewossen, Mann. Ich konnte mit Brian so viel besser früher kämpfen. Ich bin ja gar nicht so schlecht, Mann, Safina. Ich kenne sie vom älteren Tekken noch, aber hab ihn nicht gespielt. Mit Brian gibt es so eine Kombi, ich krieg's hier nicht hin, Digga. Das war letztes Mal auch schon so. Ich war mit Brian früher so gut, aber ich weiß nicht warum. Eine, 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 zwei. Das ist schon wenigstens gut, dass es das gibt. Ja, da hast du recht. Aber Bruder, am Ende des Tages ist es halt einfach so, es ist trotzdem extremst nervig, dass man einfach nicht mit mehreren... 100%. Das war viel viel besser. Kunmitsu. Kunmitsu hab ich noch nie gespielt. Auch mit dem war ich früher so viel besser, Digga. Ja, mir hab ich die Kombis da nicht mehr drauf. Okay, ein Messer. Das ist das allerer Fall. Okay. Das ist irgendwie ehrenlos. Ja, ja, das ist schon... Oh mein Gott, wir haben zu denen geblockt, b***h. Das war eine Kombi, die konnte ich nicht abbrechen. Das war keine Kombi. Das waren Schläge. Das war eine Dreier-Kombi von ihm doch. Du hast sie gedrückt. Ja. Normaler Standard. Ja. Weißt du was, ich nehme mal nicht. Mach das. Du musst auch bestätigen, aber nur wenn du willst. Kein Problem. Bist du nicht. Kein Problem. football, du hast sie nie ein ingl Alles gut. Rät Savannah. Okay. Nein, oh mein Gott. das ist der dicke samurain jetzt kannst du ja sag ich doch er ist gut ja der stark auf jeden fall aber scheint dass man den für geld kaufen muss das boden stelle ich sagen und er ist auch nicht so ein 8 egal was an das für ein moistigen meyer jetzt verliebt das weiß ich auch wie auf der frischen seite wenn ich lauf noch in seine spur ich hab noch gegen gedrückt also der der ist nix für mich der ist nix für mich julia morgen noch ist es denn noch ist der hast du ich genug nennen aber werde gleich noch spielen steve steve ist geil der ist echt ein geiler den kenne ich gar nicht das ist nina ich erkenne ich auch das war meine schuld was was ja 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 so klopft ja alles Fortschneid. Digger, wie kann das sein, wenn ich meinen Angriff starte? Du ehrenlose Gegreifen, Digger. Greifen ist easy, also ist nicht einfach. Greifen ist Timing. Ja, da hast du recht. Ich nehme Steve jetzt. Der war krass, aber dieser Noctis. Wallah, der war krass. Na, Bruder, der war nicht ohne. Also seine Attacken sahen auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Bisschen zu viel für Tekken? Ne, das dauert zu lange. Die in der Luft Angriffe dauern so lange. Das meine ich damit zu viel für Tekken. Diese Show hat Tekken nie gehabt, das war mal so ein ganz einfaches Kampf. Hast du Fang genommen? Ne, das ist G's, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. So in blond, ne? Mhm. Wie die getroffen haben, verstehe ich nicht. Ich habe nach hinten gedrückt. K.O. K.O. Der ist gar nicht so schlecht, dieser G's. Der ist gar nicht so schlecht, dieser G's. Geil. Der ist gar nicht so schlecht. Ja, was? Oh Mann. Mein Controller ist leer. Ja. Nein, Digga! Mein Herz! Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du Perfect besiegt wirst. Das wirst du nie bei mir hinbekommen. Das wirst du nie bei mir hinbekommen. Okay. Guck mal, ich nehme jetzt sogar Spieler, die ich nicht spiele. Ich habe nur Spieler genommen, die ich nicht spiele. Ich habe die alle ausprobiert, das sind die neuen, die ich gerade durchgehe. Ja, ist doch in Ordnung. Finde ich auch. Du spielst genauso scheiße mit denen wie mit den anderen auch. Okay, dann aktiviere ich gleich den Ophel-Modus. Weißt du, wie krass Dragunoff ist? Ja, ich kenne ihn. Der legt sich sehr oft hin. Er ist sehr gefährlich. Ich habe mit dem Aufbrühe gespielt, ja. Das ist sehr harmlos. Oh, der lege, das greifen ist bei dir wirklich so was. schon bodenlos immer, Digga. Nein! Ich hab Airbag geklöpft, mit dem ich wusste nicht, was man macht für Tricks dann macht, Digga. Ja, ich kann auch greifen, so ist es nicht. Glaube ich nicht. Nein! Wie schmeckt die eigentlich jetzt hier, ne? Ja, wie schmeckt sie? Ja, scheiße, oder? Ziemlich scheiße. Okay. Ich wusste das. Digga, zum zehnten Mal mach ich das jetzt. Ich muss mich erst mal wieder drauf einstellen, weil eigentlich greifst du nicht und deswegen... Oh, die ist stark. Die ist echt nicht schlecht, das stimmt. Aber es ist auch schwierig, gegen komplett neue Kämpfer zu kämpfen, die man... Weil man die nicht einschätzen kann. Genau, richtig. Ich weiß gar nicht, was die Kombos waren. Ich bin aber auch jetzt, glaube ich, durch. Ja, das war's. Ich werde jetzt mal Yoshimitsu nehmen. Yoshimitsu! Moguliva! Nandini! Oh ja! Ich werde nochmal Brian nehmen, Digga. Mit dem konnte ich eigentlich so gut spielen immer. Mit Brian? Ja, Digga. Aber ich weiß nicht, irgendwie hab ich die Kombis verlernt. Ich weiß auch nicht, Digga. Aber ich drück die falsch Schnöpfe. Ich weiß nicht ganz genau. Ich feier das so heftig, diesen Typen. Nein! Diese Scheiß-Aufstehen-Man! 2. Runde 2. Beleid! Nein! Jaaa! Schnell, die Energie haben wir geladen. Man kann auch mit diesen Sprungtrick, den du gerade mal hast, Yoshimitsu hat heftige Kombis. Ja, ist er. Oh ne, egal, noch einmal. Ich habe mit Yoshimitsu sehr, sehr, sehr schlecht gekämpft. Ja, das sind, das sind Tricks, die sind geil, ich habe. Digga, hallo. Du kleiner Schummler. Ne, ich wollte was anderes machen. Ich habe mich selbst umgebracht. No, ne, ich habe mich selbst umgebracht. Okay. Das ist so dämlich. Das ist mein Sprung gewesen gerade. Warte. Bist du sicher? Los. Warte. Ja, guck mal, ich bin noch so reingesprungen, Digga. Wie kann das? So schlecht aus. Okay, der ist doch geblockt. Ja. Aber Yoshimitsu ist nicht einfach zu spielen. Ne. Weißt du, wer der schwerste Kaka im ganzen Spiel zu spielen ist? Hayaji. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Und deswegen wollte ich dich kurz mit ihm einmal zerstören. Willst du ihn spielen? Ja. Dann spiele ich ihn auch. Hey, Haji. Plus 200.000 hat da eine gewonnen. Oh, der hat beliebt. Verliebt. Die Wette Yoshimitsu gegen Brian konnte gar nicht als Wette das letzte. Aber wir sofort Rückkampf gemacht haben, da konnte man nicht drauf wetten. Was? Ja, sonst hätte man ja mitten im Kampf wetten können. Warte. Okay. Let's go. Oh, ne, der fängt jetzt. Seit Tech Nights macht er genau den. Ich feiere den so ab. Scheiße, Dinger. Was? Was? Oh. Oh. Ach so, scheiße. Also wenn das der schwierigste Charakter zum Spiel ist, dann ist er echt dogshot, egal. Was soll ich machen? Okay, willst du mal sehen, wie man mit Brian spielt? Okay, wenn man mit Brian gegen Brian. Okay. Ich rippe meine Punkte. Ich rippe meine Punkte. Wolltest du mir nicht zeigen, wie man mit Brian spielt? Ich hoffe, sie haben etwas falsch gesagt. Jetzt kriege ich die Kamera mit. Auf der Runde Rätsel ist es nicht besser. Wir kommen hier. Ich rippe meine Punkte. Ich rippe meine Punkte. Los geht's. Ich rippe meine Punkte. Ich rippe meine Punkte. Ich rippe meine Punkte. Nein, wie konntest du? Ja! Ich rippe meine Punkte. Also woher, wenn man so mit Brian kämpft, weißt du auch nicht, Digga. Okay, ich nehme Kazuyas Mutter. Mit der habe ich auch noch nie gespielt, glaube ich. Von wem ist das die Mutter? Kazuyas Frau, Jeans Mutter. Ich werde dich trotzdem kaputt machen mit ihr. Das ist die Familie Mishima. Sie ist sehr, sehr krass zu wissen, die wird dir gefallen. Ja, ist sehr langsam, finde ich. Alle Mishimas sind langsam. Ich finde, das, was beim Drück kommt, später irgendwie an. Voll Toni. Das ist so stark. Nein, man. Mann, du Nummer-Dixer, Junge! Drei Tricks, dreimal greifen, Alter, was du für ein komisches... Du wolltest mich selber greifen! Ja, das erste Mal, Junge! Das ist das, was Abo kann, ja, dreht, komm! Weißt du eigentlich... Viermal in einem Game zu greifen, zeigt, wie schlecht du entdecken bist, weil das ist das Einzige, was du kannst. Weißt du, dass das Einfachste abzublocken diese Griffe sind? Er hat sogar gestern gesagt, keiner greift mehr bei den Profis, weil die zu einfach abzublocken sind. Trotzdem ist das Dulli, Digga. Das ist so easy! Ach, ey, schwarz, Digga! Die ist auch heftig, die war krass! Die war okay, ja, noch nie mit der gespielt habe, war es okay. Ich nehme jetzt nur noch Leute, mit denen ich noch nicht gespielt habe, also wettet vielleicht nicht auf mich. Ja, okay. Soll ich mal nie genehmen? Ich weiß nicht, ich will dich nicht... Lars! Ich nehme mal Lars! Okay. Lars, das ist ein Schweizer-Chattel. Ich kde mich nicht. Es gibt es hier. Ich hab's gar nicht, die Animation war so dohlich. Das ist ja irgendwie komisch. Egal, die sieht krass aus, sieht krass. Kommt aber nix durch von den Treffern. Ich bin schon los. Ich will einmal mit der gegenspielen. Ja, das Spiel ging nicht selber, ich muss los. Nein, ich bin um 21 Uhr schon wieder verabredet. Wie, nicht hier? Was? Sondern Dings, weiter weg? Ja, ja, ja. Deswegen, ich muss los. Chat hat mir ja Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.